Absolut. Ich wollte nämlich gerade als so ein bisschen die Überleitung die Überlegung reinbringen, wie das mit konkret Teammanagement und Teambuilding Sachen zusammenhängt. Weil, denkt daran, wie wir das oft gehandhabt haben, wie wir eben noch im Sport waren, wo ja natürlich einem Amateursport üblich, die Anwesenheit hat stark fluktuiert teilweise, aber da ist natürlich auch immer die Frage gewesen, ist es notwendig, separate Teambuilding Einheiten sozusagen zu machen oder ist implizit mit einem gut strukturierten Training, mit gut strukturierten Kommunikationsstrukturen, dann mit guten Trainings, die vermutlich zum Erfolg dann auch führen können. Ob das nicht implizit besser ist fürs Teambuilding, als jetzt mit Strafen oder mit was weiß ich, welchen Mitteln zu versuchen, dass alle kommen oder dass alle anwesend sind. Und oder dann externe Einheiten reinzubringen, nur damit man das Teamgefüge sozusagen verbessert und eine Teambuilding Aktion macht. Und ich sage jetzt nicht, und ich glaube, da können wir beide zustimmen, wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen würden, dass externe Teambuilding Aktionen nicht wertvoll sind, weil bauen ja trotzdem so eine, weiß nicht, Social Cohesion in Gruppen. Aber das muss halt trotzdem als dritten oder vierten Prioritätspunkt gesehen werden und das Teambuilding und Teamgefüge sollte erstmal durch die Teamarbeit selbst gemacht werden und nicht durch externe Aktivitäten. Also das war zumindest immer so ein bisschen meine Perspektive, was sich natürlich stark auch ändern kann, wenn man eben eine andere Dynamik schon hat durch vielleicht bessere Anwesenheit. Wobei das natürlich auch wieder vielleicht so eine Frage, wo ich den Ball mal hochwerfe, ist halt, sind One-on-One-Meetings oder Team-Meetings, wie bringt man die in so eine Form, dass das damit wirken kann? Weil das wird ja nicht von alleine auf einmal funktionieren, dass nur, will ich sagen, ja, ich als Führungskraft oder irgendwie als Verantwortlicher für ein Team gebe Aufgaben aus und mache irgendwie Schuhfixe und wir arbeiten unsere Ziele ab, heißt das nicht, dass das ein gutes Team sein wird. Also das muss man auch wieder stark unterscheiden, dass das nicht immer automatisch und implizit zum Erfolg führt, nur weil man möglicherweise Glück hat und gute, gut arbeitende Menschen in seinem Team hat. Also da sind quasi so kleine Stellen drin, an denen man schrauben könnte, wo das Ganze dann wieder massiv in eine andere Richtung geht. Also das finde ich eigentlich eine ganz interessante Frage. Vielen Dank.